Weiter geht es mit dem Type 61, gehen wir wie immer an die Sets, CPM ist sehr gut, 10er Heavy, Alpha Schaden ist nicht so stark, Penetration ist überdurchschnittlich, die Reload Time ist okay für den Alpha Schaden, wo der halt seine großen Stärken hat, ist halt hier in der Genauigkeit. Der Panzer kommt auch wieder mit einer Cooler Mechanik und mit einer hydraulischen Aufhängung, sehen wir hier, der Panzer neigt sich, dadurch hat der Panzer einen unglaublich guten Strichbereich, von hier zu sehen, 7 plus 5, also 13 Grad nach unten, das ist sehr gut, man braucht halt 11,6 Sekunden zum Kaltwerden der Kanone, bedeutet nach dem Schuss 3 bis 4 Sekunden warten, um die Genauigkeit. Von 0,27, das ist sehr gut. Kommen wir zu dem Panzer, gehen wieder in die Live-Panzerung. Der Panzer ist halt für den Heavy nicht sehr gut gepanzert, also mit AP sieht man frontal schon, er hat hier nur 25 Millimeter, hier hat er 25 Millimeter, das ist nix, gar nix. Dafür eine sehr, sehr interessante Unterwanne, er hat hier diese Panzerplatte hier vorne, da kommt man frontal durch, man kommt mit der Oberwanne relativ gut durch, also nicht auf die Unterwanne schießen, das ist einer der wenigen Fahrzeuge, wo du mit der Unterwanne nicht durchkommst. Dann hier, der Bereich ist komplett grün, da der Cupola, aber auch nicht, also auch nicht überall, also der ist auch ein bisschen tricky. Da kommt man nur in diesem Bereich und halt hier oben durch, dort und dort muss man schon hinzielen, halt klar komplett über der Kanone, alles overmatchen, auch hier mit dem kleinen Kaliber. Wenn wir jetzt kurz einmal auf Gold gehen, der der Oberwanne, also Panzerungstechnisch ist der nicht so stark. Sidescrappen kann der Panzer auch nicht, er hat hier einen riesen Weakspot, hat hier einen riesen Weakspot wie der erste Kettenrad, das hier wird dadurch auch nicht besser. Seine Stärken sind halt das hier, er kriegt es Rohr weit runter. Er ist halt relativ mobil, sag ich mal, also er fährt nicht so schnell, kommt aber schnell den Berg hoch, weil viel Leistung auf wenig Gewicht. Würde ich jetzt nicht empfehlen zu fahren, würde ihn hinten reinstellen, so aus zweiter, zweieinhalb der Reihe schießen, nicht vorne mit dabei. Er hat einfach zu wenig Alpharschaden und zu wenig Mobilität, dass man halt damit wirklich Bäume ausreißen kann. Also der Panzer, man kann ihn holen, aber wirklich spielen aktuell ist einfach nicht meta, ist einfach kacke der Panzer.